Willkommen zu Tag 3. Ich weiß nicht, vielleicht wird es heute den ganzen Tag ausreichendes Material oder es wird wieder in zwei Vlogs zusammen, in einem Vlog zusammengeschnitten von zwei Tagen. Heute gehen wir nämlich auf so einen Berg zu so einem Lake, also so einem See und mal schauen, wie es wird. So Leute, es geht voran. Aber es ist dort. Vielleicht kommt man hoch bis zum Schnee, es wird es nicht nice. So Leute, ich bin nicht wundern, dass ich so atme, aber ich bin ja gerade mit einer Modspeed hochgegangen. Ich werde euch nicht mehr wandern, sondern laufen. Ich sag's euch, das war schnell. Oh, gönnt euch diese Berge. So Leute, jetzt hier das erste Mal da beim Berg. Luis, nur zur Info, ich habe jetzt die FPS-Rate von 100 auf 50 gestellt auf der GoPro, weil 100 FPS brauchst du hier nicht. Das sieht echt nice aus. Jetzt ist der Stabilisator auch. Leute, Highlight des Tages, Gletschereis. Leute, gönnt euch. Gletschereis, glaube ich fast. Wow. Wow. Es ist echt eklig hier. Hier sind so viele Mücken, wie so auch immer. Ich verstehe es nicht, aber ich sag's euch, ich werde hier gerade bombardiert. Du bleibst hier zwei Sekunden stehen und die Mücken sind alle in deinem Gesicht. Kleines Fazit, kommt niemals an diesen See, außer ihr habt Gletschereis. Bruder, ich werde verfolgt von Mücken. Da ist es schon besser geworden, aber die gehen dir überall händen ins Auge, überall. Man sieht sie vielleicht nicht, aber schrecklich, schrecklich. Mein Gesicht ist wahrscheinlich danach aus Gletschereis. Boah, alter Scheiße, Mann, sind hier viele Mücken. Oh mein Gott, Leute, das war die Kalextour überhaupt. Bin nicht produziert. Die Mücken so gut wie weg sind, ich sag's euch, ich bin zerstochen worden. Also wirklich, im reinsten Sinne alle Worte. Digga, so viele Mücken. Woher einfach? Wenigstens habe ich kurz dieses Gletscher- oder Schneeeis da gesehen. Das war ganz cool, aber so viele ekelhafte Mücken, ich sag's euch. Leute, hier auf dem Rückweg in Anführungszeichen, aber ich glaube, ich habe den Weg etwas verloren. Ich bin gespannt, wie es hier an der Kante aussieht. Weil, äh ja. So Leute, willkommen zu Survival Roots. Es ist etwas nass, würde ich es betiteln. Wir sind auf dem Weg zum Weg. Ich glaube, da ist der Hauptweg. Ich suche ihn gerade. Sagen wir mal so. Oh, da geht's tief. Okay, es ist doch kein Weg, Schatz. Hä? Wo ist denn der Weg? Ich dachte, da wäre der Weg. Auf jeden Fall müssen wir da runter. Das ist das Hauptziel. Ups. Ah, da ist der Weg. Josh, listen. Oh, super. Ist doch dressier! Untertitelung des ZDF, 2020